Wollen Sie, dass Ihr Unternehmen so stark wächst wie Amazon? Schauen Sie sich diese Grafik an. Das Umsatzwachstum von Amazon ist schwindelerregend hoch. In den letzten zehn Jahren hat sich der Umsatz des Online-Händlers verdreizehnfacht. Das Erfolgsgeheimnis von Amazon ist, dass man dort von Anfang an den Schwerpunkt auf die Automatisierung der Marketing- und Vertriebsprozesse gesetzt hat. Amazon kommuniziert konsequent über die effektivsten digitalen Kommunikationskanäle und genießt dadurch bei seinen Kunden ein enorm hohes Vertrauen. Ich lade Sie zu einer umfangreichen Schulung zum Thema Marketing-Automatisierung für den Mittelstand ein, an der Sie bequem über Ihren Webbrowser teilnehmen können. Rechts neben diesem Video können Sie sich zu dieser exklusiven Schulung anmelden. Als Diplom-Wirtschaftsingenieur, langjähriger Unternehmensberater und Gründer eines erfolgreichen New Economy-Unternehmens kenne ich sowohl die solide Arbeitsweise des Mittelstands als auch die innovativsten Strategien der New Economy und ihre übermächtigen Methoden der Digitalisierung und der Marketing-Automatisierung. Unsere Mission ist es, das Fachwissen und die Technologie für zukunftsfähige, überlegene Marketing-Automatisierung, über welche die großen US-amerikanischen Internetkonzerne schon längst verfügen, auch kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugänglich zu machen. Im ersten Teil unserer Schulung werde ich Ihnen deshalb praxiserprobte Strategien an die Hand geben, die speziell auf die Anforderungen von kleinen und mittelständischen Unternehmen ausgerichtet sind. Durch den Einsatz dieser Strategien werden Sie, genauso wie Tausende unserer Kunden, erstens Ihre Umsätze in kürzester Zeit signifikant steigern, zweitens endlich wieder zeitliche Freiräume gewinnen und drittens ein lukratives, krisenfestes und erfüllendes Geschäft aufbauen. Im zweiten Teil unserer Schulung werde ich Ihnen konkrete Unternehmerfallstudien vorstellen, damit Sie sehen können, wie einfach auch Sie diese Strategien in Ihrem Unternehmen erfolgreich umsetzen können. In der ersten Fallstudie erfahren Sie, wie der Münchner Schönheitschirurg Dr. Patrick Bauer in nur 18 Monaten seinen Gewinn um 81 Prozent steigern und gleichzeitig 80 Tage mehr Freizeit gewinnen konnte. In einer weiteren extrem motivierenden Unternehmerfallstudie zeigen wir Ihnen, wie die Hydrobar Hydraulik und Pneumatik GmbH, ein Unternehmen aus dem klassischen Maschinenbau, das hochgradig erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen anbietet, mithilfe einer ingenieursmäßigen Marketingmaschine, die ebenso wie die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens Weltklasse ist, ihren Umsatz pro Neukunde nach nur einem Jahr um 23 Prozent steigern konnte. Und wenn das noch nicht Beweis genug ist, dass diese überlegenen Strategien nicht nur bei den Amazons und Zalandos dieser Welt, sondern auch und gerade in klassischen Kleinbetrieben hervorragend funktionieren, dann schauen Sie sich unbedingt unsere dritte Fallstudie zu dem Tischlermeister Daniel Helm an. Daniel gewinnt heute dank innovativer Automatisierung seiner Marketing- und Vertriebsprozesse automatisch zahlungskräftige Neukunden über das Internet. Besonders verblüffend ist, dass Daniel dafür nicht mehr, sondern weniger arbeitet. Er konnte seine Arbeitszeit von fünf auf nur noch drei Tage pro Woche senken. Dadurch hat er endlich wieder Zeit, angeln zu gehen, mit seinem Sportwagen über den Nürburgring zu heizen oder einfach nur in seinem Whirlpool die herrliche Aussicht auf den Rhein zu genießen. Alle drei Unternehmer haben gemeinsam, dass sie erstens hochgradig komplexe, erklärungsbedürftige Produkte anbieten, dass sie zweitens aufgrund der mit der Automatisierung verbundenen Skalierbarkeit ihre Umsätze deutlich steigern. Und drittens, und das berührt mich persönlich ganz besonders, dass diese Unternehmer endlich wieder Zeit für das wirklich Wichtige in ihrem Leben haben. Ist es nicht ein Wahnsinn, dass so viele Unternehmer, die mit ihren Produkten das Leben anderer verbessern wollen und dabei finanziell durchaus erfolgreich sein mögen, kaum noch Zeit für ihre ureigenen Bedürfnisse haben und womöglich sogar kurz vor dem Burnout stehen? Die moderne Form der Armut ist nicht die Armut an Geld, sondern die Armut an Zeit. Wenn auch Sie endlich mehr Zeit haben wollen, dann ist unsere Schulung das Wertvollste, was Sie hier zu finden werden. Das war aber noch lange nicht alles. Angehende oder gestandene Unternehmensberater erfahren im zweiten Teil unserer Schulung, wie Ex-Marino-Offizier Randolf Moreno Sommer als Quereinsteiger bereits ein Jahr nach seiner Zertifizierung zum Unternehmensberater für Marketingautomatisierung pro Stunde 725 Euro verdient. Außerdem werden wir Sie mit André Große bekannt machen. André hat sich jahrelang als Inhaber einer Agentur für Online-Marketing-Dienstleistungen aufgerieben. Heute arbeitet er nur noch vier Tage pro Woche und gehört dennoch zum reichsten Prozent Deutschlands und das ganz ohne Personalkosten und ohne Stress. Schließlich werden Sie im zweiten Teil lernen, wie Sie sich in dem gigantischen Blue-Ocean-Markt für Lösungen zur Marketingautomatisierung als zertifizierte Unternehmensberater strategisch positionieren und ein lukratives, krisenfestes und erfüllendes neues Geschäft aufbauen können. Unsere Schulung macht Sie zu einem extrem gefragten Experten für Digitalisierung und Marketingautomatisierung für kleine und mittelständische Unternehmen. Eine der größten Herausforderungen im Mittelstand ist der eklatante Fachkräftemangel. Deshalb lernen Sie im dritten Teil unserer Schulung, wie Sie mit minimalem Aufwand hochqualifizierte Spezialisten für Digitalisierung und Marketingautomatisierung finden, die unser Spezialwissen in Ihrem Unternehmen fast ohne Ihr Zutun für Sie zum Einsatz bringen. Ich garantiere Ihnen, wenn Sie die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung und der Marketingautomatisierung nicht schnellstens systematisch für Ihren Geschäftserfolg nutzen, dann ziehen Ihre Konkurrenten bald uneinholbar an Ihnen vorbei. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Es ist daher zwingend erforderlich, radikal umzudenken und dieses Thema so schnell wie möglich systematisch anzugehen. Möchten Sie sich das aktuellste Fachwissen zur Marketingautomatisierung aneignen, das hierzulande noch gänzlich unbekannt ist und Ihrem Unternehmen so einen geradezu unfairen Vorteil gegenüber seinen Mitbewerbern verschaffen? Möchten Sie mit diesem Fachwissen zu einem Pionier der Marketingautomatisierung werden? Dann packen wir es an. Machen Sie heute den ersten Schritt dazu und melden Sie sich jetzt schnell und unbürokratisch zu unserer kostenfreien Schulung an. Melden Sie sich an, solange noch Plätze frei sind. Sie können nur gewinnen. Damit wir Ihnen Ihre persönlichen Zugangsdaten zur Schulung schicken können, wählen Sie bitte rechts neben diesem Video Ihren persönlichen Wunschtermin aus. Tragen Sie in das Feld darunter Ihre beste E-Mail-Adresse ein und klicken Sie anschließend auf den Button mit der Bezeichnung in die Gästeliste eintragen. Sofort im Anschluss erhalten Sie von uns per E-Mail Ihre persönlichen Zugangsdaten. Gehen Sie also in Ihr Posteingangsfach und halten Sie Ausschau nach einer E-Mail von mir mit der Betreffzeile Ihre Schulung nur noch ein Klick entfernt. Öffnen Sie diese E-Mail und klicken Sie auf Ihren persönlichen Zugangslink zum Schulungsraum. Bevor ich dieses Video abschließe, noch ein letzter Tipp für Sie. Scrollen Sie im Schulungsraum etwas nach unten und klicken Sie auf den Button Jetzt Begleitheft herunterladen. Allein dieses Heft bietet einen enormen Mehrwert, denn es enthält eine prägnante Zusammenfassung aller Inhalte unserer Schulung. Schauen Sie sich schon einmal die zahlreichen Charts und Fallstudien an. Wir werden in der Schulung darauf zurückkommen. Mein Ziel ist es, dass Sie die Strategien, die ich Ihnen in der Schulung vorstellen werde, sofort in Ihrem Unternehmen einsetzen. Sie werden sehen, wenn Sie das tun, dann wird Ihre Konkurrenz blass aussehen. Glauben auch Sie, dass die großen Probleme unserer Zeit nicht von den Trumps und den Merkels dieser Welt gelöst werden, sondern von Menschen, die Sie in der gesamten Menschheitsgeschichte schon immer gelöst haben? Nämlich von Menschen, die anpacken und Probleme lösen, von Menschen, die wir heute als Unternehmer bezeichnen? Ich freue mich sehr darauf, Sie in der Schulung begrüßen und mit Ihnen an Ihrem Geschäftserfolg arbeiten zu dürfen. Bis dahin sende ich Ihnen herzliche Grüße. Wir sehen uns in der Schulung. Auf Ihren Erfolg und eine gute Zusammenarbeit. Ihr Mario Bollosch